Ja, hallo auf meinem Kanal K&T. Ich werde in dem Video ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe ein paar Sachen gelesen, von wegen Aufhebung Thaipass und Aufhebung aller Corona-Maßnahmen. Und ja, sage ich mal ein bisschen was dazu. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was ich dazu zu sagen habe. Und von daher wünsche ich viel Spaß beim Video. Aufhebung aller Beschränkungen, aller Corona-Beschränkungen. Also, voraus muss ich mal schießen, ich habe das ein bisschen gelesen. Einige Englischsprachige, Deutschsprachige ist ja echt viel in Bewegung im Moment, was das angeht. Corona ist eigentlich gar kein großes Thema mehr hier, muss man auch wirklich sagen. Aber klar, Maßnahmen gibt es noch. Und jetzt habe ich gelesen, dass am 17. Juni soll eine Eingabe sein. Und zwar geht es darum, Thaipass abschaffen. Unter anderem, das ist so ein Paket irgendwie. Aber ich erzähle am besten eins nach dem anderen und das ist Thaipass abschaffen. Ich meine, für Thailänder, die nach Thailand zurückkehren, ist er ja schon weg, der Thaipass. Und darum soll es halt auch gehen, westliche Besucher, ausländische Besucher, dass die eben auch keinen Thaipass mehr brauchen. Und das bin ich mal gespannt. Wäre natürlich wünschenswert. Ist auch das, was ich mir schon gedacht habe, Juli, August wird er wegfallen. Bin ich mal ziemlich sicher, dass das so sein wird. Da ja auch, ich meine, Thailand hat ein Fünftel seines Bruttoinlandproduktes, kommt ja aus dem Tourismus. Und ich meine, es ist schon echt fatal, was da im Moment los ist. Es ist zu lange schon kein Einkommen mehr für ganz viele Leute. Also von daher, die Erleichterungen waren ja schon wirklich gut jetzt, muss man sagen. Aber das zurück auf die Maßnahme oder gar keine Maßnahme mehr, wie es vor Corona war, das wäre natürlich wünschenswert. Und da machen sie jetzt relativ große Schritte. Und der eine ist natürlich der Thaipass abschaffen. Also von daher, das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich kommt. Das war jetzt auch kein großes Thema mehr. Man musste zwar das eingeben, hat es aber tatsächlich ja Minuten, Stunden, Takt hat man es dann wieder automatisiert zurückbekommen. Gar kein Thema und von daher war das ganz gut so. Also ich glaube, der kommt weg, das bin ich wirklich fest davon überzeugt. Ja, was ich halt auch immer wieder gefragt werde, ist jetzt Maskenpflicht, gibt es das noch in Thailand? Warum gibt es das noch? Und also gut, gibt ja auch so Aussagen, es hat noch nie Maskenpflicht gegeben, aber das muss jetzt gar keine Diskussion sein. Auf jeden Fall erwünscht in der Öffentlichkeit Maske zu tragen. Und das soll aber auch wegfallen. Und zwar soll das quasi, wurde gesagt, den Leuten, oder so wird es dargestellt, die Leute sind jetzt gebildet genug. Sie wissen genau, worauf es ankommt. Und dann, dass man eben weiß, wann man Maske zu tragen hat, ob man Maske zu tragen hat. Und dann wird es in die Eigenverantwortung übergeben. Und das finde ich eh immer gut. Eigenverantwortung. Du hast Verantwortung für dein Leben, für deinen Eigenschutz und so sollte es ja auch sein. Das heißt, wird jetzt auch eben in dem Zuge, kommt es auf die gleiche Eingabe. Die CCSA ist ja die oberste Corona-Behörde in Thailand. Und die werden am 17. kriegen die eine Eingabe, das unterstützt wird natürlich auch von Tourismusunternehmen, mehreren großen Tourismusunternehmen und eben auch vom Gesundheitsminister. Also ich denke mal, das wird schon durchgehen. Ich glaube auch Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, das heißt große Plätze, da geht es jetzt speziell drum. Und Bangkok. Aber ich glaube, wenn Bangkok dann damit durch ist, dann ist es natürlich auch überall. Von daher glaube ich auch, dass das kommt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das kommt. Ob das dann Bestand hat jetzt für immer oder so, weiß ich natürlich nicht. Ich arbeite quasi die Themen ab und am Ende vom Video werde ich dann mal sagen, was ich nicht glaube, was kommen wird. Also von daher, lasst euch mal überraschen, was ich davon halte. So, das nächste wäre jetzt Nachtleben. Ist auch mit eingegeben. Und jetzt in fast allen Bereichen, muss man ja sagen, gibt es ein Nachtleben wieder. Bars sind eröffnet, kann am Abend weggehen, Musik hören. Oder es gibt auch verschiedene Konzerte, was ich ja auch schon auf meinem Kanal gehabt habe. Gezeigt, wie hier letztens ein Konzert war, Veranstaltungen am Strand. Oder wir waren auf einer Bike wegen Grabi, Aonang. Und das geht also auf alle Fälle wieder. Nur war die Sperrstunde halt jetzt, ich meine, das ist ja in der Vergangenheit, war es ja dann auch so, dass tatsächlich, es gab ja Alkoholausstandverbot. Und dann ist es auf 10 Uhr, dann ist sukzessive verlängert worden. Und jetzt sind wir so bei 12 Uhr angelangt. Das heißt, 12 Uhr Sperrstunde, Alkoholausstand verboten. Und ja, und das soll jetzt auch wieder erweitert werden bis auf 2 Uhr in der Nacht. Gerade in den touristischen Gebieten. Was ja auch sehr angenehm wäre. Und ich glaube auch, dass es mit Sicherheit kommt. 2 Uhr in der Nacht. Ich meine, macht ja auch, ja, ob das Sinn macht oder nicht. Also von 12 Uhr bis 2 Uhr die Infektionszahlen immens steigen. Glaube ich auch nicht unbedingt. Also von daher denke ich, das wird auch kommen. Was auch witzig ist, ist die Tourismusgebühr. Das gab es ja auch schon mal vor Jahren, weiß ich, 500 Bad hast du dann immer bei Ausreise bezahlen müssen. Also immer noch mal 500 Bad in der Taschpalte hat man dann bei Ausreise bezahlen müssen. Und jetzt diskutieren sie ja schon längst drüber wieder diese 300 Bad Einreisegebühr, die dann auch für in den Krankensektor mit aufgenommen werden soll. Und das wurde ja immer wieder verschoben. Und das soll jetzt eben auch wieder verschoben werden. Das heißt, die Einreisegebühr, die hast du auch selber gar nicht gemerkt wahrscheinlich. Weil die wurde in der Regel beim Ticket mit abgebucht als Flughafengebühr, in der Flughafengebühr. Oder soll sie abgebucht werden, sagen wir es auch. Und von daher merkt man es ja eigentlich gar nicht. Aber das wird jetzt aufgeschoben. Und wie lange auch immer, oder soll aufgeschoben werden, wie lange auch immer, das weiß ich natürlich auch nicht. Das wird man mal abwarten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwann kommen wird. Das waren so mal die Themen, wo es dann heißt, alle Maßnahmen werden abgeschafft. Das heißt, wie gesagt, Hi-Pass, der Nachweis über Impfungen und so weiter oder über Tests, ungeimpfte Personen einreisen. Und bei mir ist es jetzt im Moment so, ich denke, habe ich ja gesagt, das, was ich jetzt abgearbeitet habe, das kommt auch, bin ich mir sicher. Aber alle Maßnahmen fallen, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es so sein wird, und es bleibt Bestand sicherlich für eine ganze Weile, wobei man damit aber leben kann, dass du tatsächlich bei Einreise entweder deinen Impfpass vorlegst oder ein negatives Testergebnis bei Einreise nach Thailand oder schon bei Abflug im Heimatland, am Flughafen. Und von daher, das denke ich, das wird noch Bestand haben. So werden sie es umswitchen. Statt, Hi-Pass, da hast du einfach deine Papiere vorzulegen. Und also von daher, alle Maßnahmen fallen, glaube ich, nicht so ganz schnell. Aber das wäre ja schon mal ein sehr großer Schritt zur Normalisierung. Und ich glaube, damit kann man dann auch ganz gut leben. Also ich könnte mit leben. Und wie es aussieht, wir haben auch sehr gute Buchungszahlen jetzt für die nächste Zeit in unsere Bungalow. Ich habe tatsächlich auch schon leider Gästen absagen müssen, die auch schon ein paar Mal bei uns waren, da wir halt nur fünf Bungalow haben. Sind wir halt auch relativ schnell voll. Und wir haben jetzt zwar noch ein paar Zeiträume, die auf sind, aber die Tendenz ist echt gut. Und ich glaube auch, man merkt das auch überall. Die Leute, da tut sich was. Und man glaubt auch mittlerweile dran, dass das Bestand hat. Und es scheint sich auch zu verfestigen hier vor Ort. Ist natürlich jetzt Juni, ist sehr ruhig. Ich bin mal gespannt, wenn das jetzt zum Andommen, zum 1. Juli kommen würde. Thailändische Behörden sind ja da immer sehr schnell in ihren Entscheidungen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich schon Anfang Mitte Juli in Kraft tritt. Und von daher, glaube ich, merkt man das dann auch sogar schon im Juli, August, dass wieder mehr Leute kommen. Wobei es jetzt natürlich auch, es ist ja schon so relativ einfach. Das sind diese Erleichterungen. Das heißt zum Beispiel, was, glaube ich, viele Leute abgehalten hat, war diese Quarantäne, die Angst-Quarantäne. Erstperson im Flieger sitzt neben jemandem, der positiv getestet wurde. Dann warst du die erste Person, Kontaktperson. Somit musstest du auch in Quarantäne. Also das ist ja schon lang weg jetzt wieder. Oder was heißt lang? Schon eine Weile weg. Und jetzt Typass wegfällt, was viele natürlich auch gestört hat, wenn man es nur hört, ist diese Maskenpflicht. Aber wenn die wegfällt, ja, man sieht auch immer mehr Leute, die jetzt tatsächlich auch entspannt sind und auch ohne Maske rumlaufen. Ich denke immer noch, wenn man in den Laden reingeht, es wird sicherlich auch noch ein Hausrecht geben. Das heißt, wenn du jetzt in den 7-Eleven reingehst, die werden wollen, dass du eine Maske trägst, dann trägst du die halt. Aber auch gelesen, dass die Temperaturmessgeräte, wo man jetzt überall wirklich hatte, über jetzt zwei Jahre hin, dass das auch wegkommen soll. Auch die Registrierung, wenn man in den Laden reingeht, das ist eigentlich auch schon weg. Also hier nicht mehr präsent. Also von daher, das Leben ist schon annähernd normal wieder. Nur eben, Tourismus leidet immer noch. Es ist immer noch nicht so, dass jetzt gut viele Leute da sind. Aber das liegt ja natürlich auch in der Jahreszeit, Juni. Aber ich meine, seht ihr im Hintergrund, wir haben super Wetter. Was soll ich da sagen? Ich finde es immer klasse. Ich sage auch immer, komm ruhig hierher. Ich meine, klar, bei zwei Wochen Urlaub ist es natürlich schwierig, wenn man da jetzt ein paar Tage Regen mit drin hat. Aber es ist ja kein Gift, was da vom Himmel fällt, sondern es ist Wasser. Von daher, wenn man damit klarkommt und aktiv sein möchte, Touren kann man hier machen, wunderschön. Landschaft, wunderschön. Also es explodiert gerade auch alles. Grün ohne Ende. Und von daher Früchte ohne Ende. Also es lohnt sich auch in der Zeit zu kommen. Schauen wir mal, Juli, August. Und um es jetzt nicht zu lang werden zu lassen, ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir so vielleicht wichtig wäre. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, könnt ihr die gerne mit in die Kommentare reinschreiben. Und ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann. Ich gucke halt auch. Wir haben natürlich auch noch viele andere Dinge zu tun, obwohl Low Season ist. Wir sind wieder auch am Vorbereiten für die High Season. Prepare. Ich habe ja immer gesagt, es hat sich immer angefühlt, du hast Ideen und du bist voller Motivation, willst was machen. Und die ganze zweieinhalb Jahre hat sich ja angefühlt, als steht da einer auf der Bremse und bremst dich aus. Du kannst nicht weitermachen. Und im Moment ist es so, die Bremse löst sich und wir machen mehr und mehr und wir bereiten vor und wir erweitern auch, gucken wir mal, noch ein bisschen was tun können, ein Geschäft aufbauen. Von daher, lasst euch mal überraschen. Also bei uns bleibt es spannend und mich freut es total, dass man jetzt wieder Gas geben kann und hat auch wirklich Perspektive. Und ja, von daher schreibt was in die Kommentare rein, wenn ihr ein Interesse habt. Ich weiß nicht, ob ihr alles beantworten kann, aber so gut wie möglich versuche ich das natürlich. Und ansonsten Daumen rauf und bis bald in Thailand. Tschüss. 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 Tschüss.